Ich bin Wolfgang Leitner, genannt der Schiebel, bin 29 Jahre alt, komme aus Pocosan. Ich arbeite hier als Radlmechaniker in Pocosan und zum Radfahren bin ich gekommen durch eine Video-Serie, die halt ca. 10 Jahre alt ist, die Cranked by von Blue World Disorder und das hat mich so angezeigt, dass ich dann gesagt habe, das möchte ich selber auch machen. Mir taugt an Radlfahren die Freiheit und die Kreativität und dass du einfach alles machen kannst, was du dir irgendwie vorstellst und du bist an nichts gebunden. Ah ja, ich betreibe es seit ca. 10 Jahre alt. Ich bin Wolfgang mit Parfor powiedz. Ich befinde es momentalar zu machen. Musik Vielen Dank.